Das ist die Ambiglin Entkalkungstablette. Ich habe jetzt einen Wassertank vorbereitet mit warmem Wasser. Einfach den Wasserhahn ein bisschen laufen lassen auf warmem Wasser und diese Tablette A15 Gramm wird jetzt dort einfach reingeschmissen. Das sind ungefähr 500 Milliliter Wasser und man sieht gleich wie das zu sprudeln anfängt. Das ist richtig krass. So ein bisschen wie eine Brause Tablette, wie eine Vitamintablette oder wie Kopfschmerztablette. Das dauert dann halt jetzt einen gewissen Moment und danach kann man schon sofort loslegen, sobald sie sich aufgelöst hat, mit dem Entkalkungsprogramm bei eurer Kaffeemaschine oder eurem Kaffeevollautomaten oder entsprechend einfach das Wasser durchlaufen lassen. Alternativ dazu haben wir halt noch den Flüssigentkalker, im Programm von Ambiglin mit dem roten Indikator. Welches man verwendet davon von den beiden Sachen ist jedem persönlich überlassen. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Hier hat man einfach praktisch abgepackt die Tabletten und die lösen sich, wie man sieht, wirklich schnell auf. Also das war jetzt gerade nicht mal eine Minute. Dann hat die sich schon aufgelöst. Ambi Deluxe. Moments for Living.